Okay, zwei von den Nervensägen. Oh, jetzt wird es doch langsäglich schwer. Den kann ich hier noch geben. Gut. Grinding von stone auf stone in the distance. Nicht hier jedenfalls. Okay, ich bin schon mal auf dem richtigen Weg. Oh. Okay. 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 Ja. 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 Hm. Rasten wir hier mal kurz, bis der Kristall sich aufgefüllt hat. Gut. Das hier sieht so aus, als hätte ich es nicht geöffnet. Oh. Komm raus. So. Ich bin hier. Er ist so. Ich bin hier. Ein obsidian. Gem. Einen Augenblick einmal. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Jetzt weiß ich, was das für Dinos waren. Ich bin nämlich wieder hier. Ich bin wieder hier. Ah, Blödsinn. Ich muss ja schon hier stehen, wenn ich shiften will. Und das bringt mich wieder hier hin. Was passiert, wenn ich jetzt hier die zwei einlege? Du schießt dich jedenfalls die Hälfte. Also, ich habe auf jeden Fall einen besseren Weg nach da unten gefunden, in diesem Friedhof hier, wenn ich so abzähle. Da bin ich hier gelandet. Und eins, eins, zwei, drei. Da lande ich da. Da lande ich dann hier unten irgendwo. Also, da und da. Und da lande ich hier. Und bei den dreien hier drüben lande ich... Also, bei dem lande ich hier. Da sind zwei Reihen Platz. So, eins, zwei Platz. Und dann lande ich... Hier, hier und da unten irgendwo. So, jetzt erstmal was Wichtigeres. Nämlich, dass ich schon wieder hier festsitze. Ich nehme einfach den Weg hier runter. Und jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Da und... Also, erstmal will ich hier hin. Ein Bladed Gear. Ein Infusion. Mein Reactor All ist schon mal gut. Hast du diese Zauber schon? Nein. Bladed Gear, eine Feuerbombe. Wer trägt gerade die Feuerbomben? Du, das ist... Die ist dir zu schwer, die eine. Und ein Bladed Gear. Hm. Noch eine Silbermünze. So, ein paar Kräuter. Ich schleppe einen ganzen Sack voll mit Flaschen rum, gell. Ja. Das heißt... So ein Kraut, so ein Kraut. Jo. Macht eine gute Potion. Der kommt dann mal wieder mit. Das heißt, ich kann jederzeit von der Seite jetzt hier rein. Gut, jetzt bin ich eigentlich was anderes. Muss ich dafür hier durch? Ja. Bin ich schon mal recht richtig? Ich hab nämlich nicht umsonst... Ich hab' die da gefunden. Nö. Aber ich hab' noch mal mein Vektor-Ohr... ...gefunden. Das heißt, ich muss nur den Weg nach oben finden, wieder. Das war dieser hier. Ja. So, hier rein. So, hier rein. es hat auf jeden fall was aktiviert das habe ich jetzt gerade schon mal festgestellt dass es irgendwas aktiviert hat gehen wir mal zurück in den hauptraum da war glaube ich hier der perfekte teleporter für ja ich habe die ancient dicks zeit geöffnet ok es wird dunkel evan da gateway of worlds so du stirbst kann mal jemand die rachwolke weg machen danke ok 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 jetzt ist meine neugier gerade doch ein bisschen zu stark relax adventurers the worst is behind you we wish your time with us here will be pleasant you will never want to leave you can hear hundreds of gigantic insects through the walls from the ceiling from below oh ok ok gut ich lade jetzt hier an dieser stelle erstmal weil ich es kann so und dann gibt es jetzt einen kleinen cut es ist nämlich mal wieder zeit also bis gleich bis gleich und